Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde on Showdown. Diesmal mit Mr. Hype. Ich habe tatsächlich auf Entfernung nichts Leises. Da ist schon wieder meine Maus im Bild, also es ist zum Kotzen. Ist nicht wahr. Na ja, es geht noch. Es hat letztens auch irgendeinen Streamer gehabt. Oh, ich habe ein stiller Killer, das wusste ich ja gar nicht. Habe ich auch. Ist cool. Kaum hat man so ein paar Runden Seelenüberlebender gemacht, sucht man nach Waffen hier. Das mache ich zwar nicht, ich habe das einmal gemacht. Damit werde ich nicht warm. Auch momentan mache ich es ein bisschen häufiger. Ich spiele halt ungern allein. Ich brauche immer Mitspieler, auch wenn es nur random sind. Was natürlich eine gute Übung ist, ne? Ja, natürlich. Aber gerade eben habe ich mich geärgert. Alles, was ich auf Distanz halten konnte, habe ich erledigt. Und der eine rennt bei mir rein mit der Strootflinte und da war dann vorbei. Ich wollte gerade sagen, es fällt noch eine Glocke um, der hat eine Glocke um. Da will ich ja nicht hin, aber zum Wagen wollte ich. Oder Boot oder was auch immer. Aber ich weiß gar nicht, warum. Ich pack doch alles. Ach ja. Packt aus weh. Ach du Scheiße, Enten. Ich kann jetzt doch wieder auf den Flüchten greifen. Dann da ist alles weg. Ich bin dank der Flügel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich weiß nicht, ob der Flügel platforms courseiert. Ich weiß nicht, ob das Flügel ist. Ich weiß nicht, ob wir es ist. Wir sind oder nicht? Einmal wir sind die Flügel nicht. Das ist ja kein Problem. aber ich weiß es gar nicht ich kann schon wieder so schwer entziffern wurde typ ich dachte zumindest gerade schritte gehört zu haben oh gott wer bist du denn hock ein zombie um die ecke doch weiter scheint doch weiter zu sein auch eine kuh mit glocke krähen ok ok die kämpfen hier vorne da fliegen die kugeln hin einer down sehr gut ok einer lebt noch ok aus richtung sein bisschen weiter weg auch richtung den kumpels da hinten und da im großen stein ja ich habe aber keine ahne wo er jetzt nach lang kommt aber jetzt da kommt oder da kommt man könnte natürlich das teil einsammeln so schön zwischendurch mal schlange ne ich wollte es mitnehmen na gut ich bin ja fast direkt dran mhm ich will noch nicht dass er seine kumpels holt mhm warte mal wo liegen die beide da ja liegen auf den haufen ja das ist gut dass er von hier unten da irgendwo kommt mhm ja aber wo ist der andere so ja ja ich gehe wieder hoch hier naja mhm der ist noch da ja ja ich weiß aber nicht wo hat er geschossen oder was er schießt mit Bogen oder Armbrust mhm ja ich sehe ihn ja steil genau auf mein Ping warte ich nehme mal weg ja ich habe das Köpfchen auch kurz gesehen eigentlich braucht er ja länger zum nachladen als wir naja ist eine eine Armbrust oh oh er hat hit und looted ich sehe noch nicht jetzt hier dahinter ja mhm hinter dem stein ne ich sehe da ganz hinten aber jetzt ganz hinten ganz hinten ganz hinten rechts ich sehe gar nix hm jetzt ist es doch hier oh ja sehen hat hit looted scheiße ist reingegangen hm ich habe mir das Ding geholt hm wo ist der Schatten trade beziehungsweise der hat er auch daneben ok mhm so und da läuft er da läuft er da läuft er da läuft er Zehn nicht mehr. Hm. Glauben? Ach doch, der muss... Ah, hier. Im Wasser. Soweit schon. Ja, ja, er kommt wieder zurück. Ja, zehn. Ist da. Musst du jetzt da hochkommen? Ja, da ist er. Hit. Ich greife jetzt an. Ja. Jetzt hier links oben. Scheiße, Highcrone ist eigentlich besser. Denk an seine Armbrust, ne? Ja, da ist reingelaufen. Reingelaufen? Ja, ja, und den... Da hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Na, ich auch nicht. So, wo gehen wir denn raus? Na, andere Seite, was? Oder holen wir uns den einen liegenden Ort noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, also... Musikgeil. Bis jetzt liegt er gut. Zweihunter. Wir spielen anscheinend gegen Dreier-Teams. Ja, ich wollte dich gerade eben noch fragen. Ich habe... Weil ich hab nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Wollen wir links raus, oder wollen wir zu den Dreier-Teams? Ja, vielleicht dann doch lieber raus, ne? Ja. Das mit den Dreier habe ich schon wieder ganz vergessen, obwohl wir ja gerade eben auch zwei plattgemacht haben von dem Dreier. Ich glaube, das eine haben die gar nicht mitgekriegt, dass ich den getötet habe, bei all dem Krach. Ja. Sonst wird er da nicht so... Einfach so hinmarschiert. Mhm. Und... Ja, aufzurollen. Das ist die Frage, echt. Das eine wird ja ein Solo sein, wahrscheinlich. Mhm. Ich guck mal kurz hier rein. Hier liegt manchmal was. Nö. Wir haben gewechselt, ne? Mhm. Okay, dann gehen wir raus. Deswegen macht es jetzt fast Sinn zu gehen. Naja. Neue Sicht. Und dann kann... Wer auch immer, wahrscheinlich sein Team da wieder heben. Wenn es überhaupt liegt. Safe im Moment. Ich renne schon mal rein. Mhm. Kleines Ausdauer-Problem. Aber das sollte ich schaffen. Ja. Tada! Ich bin nochmal. Ja. Da. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018